Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Entschraudet. Also die Miasma-Wurzel ist da. Also ich glaube, ich muss hier hoch. So. Ja. Okay. So. Okay. Ein Marker hinzugefügt. Achso, ja klar. Die Wurzel, ne? Okay. Das hätten wir. Ich gehe jetzt hier keine Kiste suchen. Das ist mir einfach viel zu gefährlich. Vielleicht ist da hinten was? Ich glaube, war hier schon mal. Okay, gut. Haben wir. Nächste Wurzel. Die denn wäre, wo ist denn hier am nächsten? Hier? Oh. Na da? Na hause Stufe 1 und die Wurzel ist hier oben. Ja. Könnte doch alles super gefährlich werden. Hier ist ja das naheliegendste. Und wenn ich jetzt hier hinkomme, Niederauernworte, gehe ich mal da hin. Und guck's mir an. Okay. Okay. Was habe ich alles dabei? Äh, pff. Jo. Jo. Nicht so wichtig. Nicht löschen. Teilschrott könnte ich eigentlich auch löschen. Aber. Wo ist die Wurzel? Da ist die Wurzel. Hier ist alles rot im Untergrund, ne? Ruhigbar. Und dann sehe ich's doch auch. Wieder total rot. Klimmern. So. So. Sogar. Geht. Fleisch. Habe ich noch ein bisschen. Mäh, 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 mäh. So, wo soll die sein? Da unten? Bäh. Early Access ist hier beendet. Okay, aber. Bäh. Nicht runterfallen, der. Kann ich noch ein, äh, noch ein Dings bauen? Warte mal, sehe ich das hier? Nee, wo sehe ich denn das? Tagebuch? Nee, Welt. Altäre, nee. Ich habe alle Altäre gebaut. Oh, Mann. Wo ist jetzt diese Wurzel? Müsste direkt vor mir sein, ne? Wie komme ich denn hier sicher runter? Äh. Na, Plan. Hier so? Ja, ist gut. 90 Meter. Ich befürchte, wenn ich jetzt hier rein, hops. Da hinten ist, okay. Ich bin da. Falsches Werkzeug. Oki doki. Gibt es ja auch eine Kiste? Was bist du für einer? Du bist die Tante. Okay, alles klar. Aber ich sehe hier keine Kiste. Wie lang? Nee. Hallo. Hier gibt es ja wahrscheinlich nicht an jeder Miasma-Wurzel eine Kiste. Von daher war das nicht so falsch. So. Hm. Hier, ne? Okay. Wie komme ich da hin? Äh. Da? Ist ja auch noch eine, ne? Geh mal da hin. So. Wo bin ich denn? Hallo? Wo bin ich? Hier, okay. guck mir das mal. Kann ja nicht allzu weit weg sein, ne? 300 Metters. Wohl, das ist doch schon ziemlich weit. Was war das denn hier eigentlich? War ich hier drin? Hallo, war ich hier drin? Ah, okay. Ja, warte mal. Wo geht es denn hier rein? Ja, Moment, Junge. Ich muss mir das nur angucken. Wie komme ich denn hier hoch? Gibt es hier einen Eingang? Ja. Und nun? Bäh. Ähm. Ja. Eine Kiste. Aber hoch komme ich hier nicht. Oder doch? Äh. Warte mal. Hier ist so ein... So ein Ding, ne? Aber da kann ich mich nur da rüberschwingen. Ja, das ist, äh, okay. Dann klopfe ich mich halt hier in die Burg hinein. Gibt es hier was Spannendes? Ja. Dietrich. Wehe, da ist nichts Spannendes drin. Eine silberne Kiste. Was ist das? Ritterhandschuhe. Hatte ich die nicht? Ich glaube, die hatte ich. Oh, dort war's, ne? Oh, nee. Hier ist noch eine Kiste. Hm, okay. Da hinten. Wann weiß es nicht? Hätte ich einen Dietrich... Na gut, ich mach auf. Ist ja egal. Noch eine Tür. Wärte das gedacht. Nochmal Dietrich, ne? Ganz normal. Aber ich hab mich ja hier rein gemogelt. Guck an eine Geheimtür. Einfach mal hinter so einem Bücherregal. Kann ich sowas auch bauen? Oh, diese Dietriche braucht man hier. Ja, klasse. Das ist nur, um hier reinzukommen. Aha. Was denn? Also, ich mach hier auf. Komm hier lang. Und... Hier ist halt nix weiter zum Hochkommen. Oder ist hier oben so ein Ding dran? Nee. Ist es nicht. Sehr, sehr seltsam. Ist das ne Falltür? Möglicherweise. Es ist ne Falle. Gut. Falle erkannt. Trotzdem... reingehüpft. Nun, ja. Ist, wie es ist. Wollte ich denn eigentlich hin? Da hinten, ne? Hallo, Leute. Ist ja was Besonderes. Äh, nicht schon wieder in der Falle gehüpft? Nee. Ja, 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 ja. Alles gut, alles gut. Aber jetzt bin ich nicht... Mann. Da ist ne Falle. Ich hüpfe rein. Ne, ne? Ne, den da. 158 Meter. 18, 16, äh... Hier, noch irgendwas übersehen? Nee, ne? Ich hoffe es nicht. 74 Meter. Warte mal, ist... Ist hier wieder so ein unterirdischer Gang? Ja, natürlich. Blöden Spinne. Wo komme ich da nie hin? Nicht hier alles. Ich suche, was es gibt. Hier ne Käste. Ey, leuchtet mich nur an. Okay. So, wo kommst du denn hier? Oh, nee. Bitte nicht hier unten im tiefen Meer erstmal drin. Staubgrube. Standort unten. Okay. Standort unten. Ach, Mann. Hier ist doch schon wieder... Ne? Alles Mögliche. Aber wie komme ich hier runter? Gibt es hier einen Weg? Leute, Leute. Irgendwo muss es doch hier einen Weg runtergehen. Ja. Geh hier nicht renn. Standort unten. Direkt unter mir, ne? Äh... Ja, komm. Ich habe auf jeden Fall schon mal die Kiste gefunden. So. Wo ist jetzt, bitteschön? Da hinten. Alter. Lass mich mal ganz kurz. Ach, die Dinger. Okay. Ich sehe dem seine Leister nicht. Hopp. Jetzt spring. Rüber. Spring halt drüber. Mann. Welch ist er? Okay. Wer schießt schon wieder? Fähigkeitspunkt. Hä? Wer ballert hier? So, die Kiste hatte ich hier aus Versehen gefunden. Die brauche ich nicht mehr suchen. Da kommen die her. Hier kommen die runter. Ja, denn? Äh. Jetzt bin ich ja wieder mit Miasma. Da will ich ja gar nicht hin. Wir gucken. Was? Ihr kleinen Drecksviecher, ey. So, ich wollte gucken. Kade. Die nächste ist hier, ne? Okay, also ich müsste hier raus. Nah hin. Irgendwie. Ja, ha. Verruhige dich. Okay. Aber hier oben ist noch eine goldene Kiste gewesen. Vielleicht soll ich da mal nochmal gucken. Vielleicht finde ich hier was Schönes. Ja. Dufe 18 Hydra. Das ist halt nix. So, wir gucken. Wir müssen da hin. Nein, nicht Ping senden. Die mit ihrem Ping. Wann ist das ein Roter? Das ist ein Roter. Okay, was ist das daneben? Was ist das? Hallo? Was bist du? Wer ist neu? Ach, mich. Das war knapp. So, raus aus dem Dunst. Joioioioioi. Das war knapp. so zeugs einsammeln eine armo eine wollte mich doch flaxen das ist nicht hier unten sagt mir nicht sagt mir dass es nicht hier unten ist wir gehen man den weg lang und machen das dann morgen heute ja kämpft ihr ruhig ihr sollt miteinander kämpfen nicht mit mir man lasst das muss schon wieder darunter gibt es hier ein ruhiges plätzchen wo ich mich vielleicht mal hinsetzen kann hier kommt doch keiner hoch oder ja oder auch nicht ja 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 brutzel 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 hier aber nicht mehr hier trifft mich doch keiner gut dann bedanke ich mich für das zuschauen wir sehen uns dann übermorgen ist ein gehabt durch gut und